Hey Leute, was's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück zu Ironboon und diesmal for real. Wir haben Patch 8.1 und ich habe so ein bisschen die ganze Zeit auf diesen Patch gewartet, denn, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, hat sich mit 8.1 einiges geändert im Low-Level-Bereich und zwar bis Level 110 wurden auf jedem Level die prozentuale Erfahrungen gekürzt, die man braucht für ein Level-Up. Das heißt, wir leveln schneller. Das ist sehr gut für uns, weil wir sowieso sehr langsam leveln in Ironboon. Ihr wisst ja, Ironman-Challenge, kein Gear, keine Talente und so weiter und so fort. Regeln und Rangliste, wie immer in der Videobeschreibung. Und ich habe so ein bisschen auf den Patch gewartet, dass er das einfach ausgleicht, dass ich wieder in aller Ruhe vor mich hin leveln kann. Es wird zwar lang dauern pro Mob, aber insgesamt für eine Quest kriegen wir mehr raus und von den XP kriegen wir einfach auch mehr raus. Wir sind thematisch auch passend hier an der Dunkelküste, gerade mit der neuen Warfront und der ganzen Geschichte hier auf Max-Level. Und wir befinden uns hier auf der alten Dunkelküste. Sorry, ich habe ein bisschen Halsweh und Husten, aber es wird schon. Löscht die letzte Flamme von Bashalaran. Leute töten und Krimklaue finden. Auf geht's. Oh, hoppla. Wir wollen ja nicht hier pullen. Puh, okay. Was ist jetzt los, Mann? Vollhustenanfall des Todes. Oh, ja. That's better. Hups, was war denn das? Keine Ahnung. Weiter geht's. Ah. Ah. Voll den weiten Weg vor uns bis da runter, ey. Das ist die alte Dunkelküste, ne, wo Teldrassil noch steht und der Mond noch nicht verdunkelt ist. Und wir haben die alte hässliche Skybox mit dem grauen Wischiwaschi-Wolken, die man nicht mal erkennt, dass es Wolken sind. Ist ja einfach nur grau. Hey, 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 da ist eine Quest. Da hinten. Vielleicht müssen wir hier eh noch questen. Ich lass die mal da liegen. Ähm, vielleicht schickt der uns jetzt gleich da hin. Oh, guck mal, da wäre ein Weg gewesen. Ja, nice. Bashalaran. Oh, shit. Oh. What the fuck? Oh, ich kann gerade echt nicht sprechen. Mega den Husten anfallen, ey. Sind wir outfight? Huh. Das war jetzt was. Da haben wir schon sterben sehen, ne? Das war die ganze Quest. Normalerweise hätte man die Mobs halt noch töten müssen, aber wir haben das auch elegant gelöst, werde ich mal behaupten. Gehen wir mal in die andere Richtung und versuchen die zwei Leute da zu finden. Tötet sechs verfluchte Hochgeborene. Ja, guck. Da gibt es nämlich auch noch eine Quest für. Das dachte ich mir. Lass uns das mal ausprobieren. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Action. Was haben die? Eins, neun. Das müsste man nicht kriegen. Halt mal. Pet. Ja, mehr Damage waren wir immer noch nicht. Da hat sich definitiv nichts geändert. Shit. Komm, auch Damage, Wasser, ele. Soll ich ja nicht rumjoggen. Irgendein Fluch gekickt. Oh mein Gott. Das ist heftig. Das ist starker Tobak, du. Müsst man eigentlich fast wieder auf Cooldowns warten, ne? Nova ist ready. Okay, wir haben fast alles. Außer Eisbarriere. Ähm. Der da? Oh, bitte nicht zwei. Oh, leck. Wie haben wir denn jetzt den Damage gemacht? Was ist denn jetzt passiert gerade? So können sie mal sein, du. Wie lange ist der Brock? Zehn Sekunden. Was läuft er denn für ein Weg? Oh, ich habe keinen Kick. Hat er jetzt meinen Wasserele verflucht? Ja. 12 Sekunden Schatten schaden. 72. Okay, damit können wir leben. 72 können wir überleben. Oh, da kommen die Procs. Oh, herrlich, oder? Oder, Leute? Herrlich. Ich merke gerade, mein Husten ist auch weg. Jetzt kann es losgehen. Jetzt können wir eigentlich die EP nochmal neu starten. Hey, Leute. What's up? Munbun hier. Äh. Iron Man Challenge. Leute, töten. Wait, what? Warum haben wir erst zwei von sechs? Oh, Dude. Das sind verschiedene. Wir müssen insgesamt zwölf töten. Oh, fuck my life. Fucking Iron Man Challenge, man. Ja, denk mal, es geht gut voran und dann kriegst du wieder so einen Schlag in die Fresse. Hehehehe. Nova in your face, baby. Oh, fuck. Was? Wait, what? Erlittener Schatten und Arcan Schaden um 100% erhöht. Das kann ich jetzt mal gar nicht brauchen. Oh. Boah, er hat gerade noch gesehen. Wer hat hier angewispert? Ist gerade mein Proc verschwunden, als ich den... Hä? Warum habe ich denn kein Ziel? Oh, fuck my life. Der Fluch hat mich getroffen. Gleich kommt Damage. Achtung. Okay. Das war okay. Garde. Frostmatch macht schon irgendwie Spaß, gell? Ich spiele das immer gern. Vor allem zum Leveln. Stell euch mal vor, wir hätten Gier und Talente. Oh, das wäre so geil. Oh, shit. Jetzt habe ich wieder still. Das ist wieder der Schaden erhöht Fluch. Ja. 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 Sollen wir mal, wo machen wir denn mal weiter? Da hinten. Das Gebiet ist viel größer, als ich gedacht habe am Anfang. Also, wo jetzt die Geister hier rumfläuchen. Als wir da hoch sind für das Quest-Item, habe ich irgendwie nur zwei, drei Geister gesehen. Aber hier sind Millionen. Können wir schon fast die Ghostbusters anrufen. Ich glaube, es ist echt clever, den Fluch casten zu lassen. Dann bleiben sie wenigstens ein bisschen stehen. Ihre physischen Attacken machen mehr Damage, als dieser Kackfluch da. Der macht fast gar nichts. Genau wie mein Wasserele auch nichts macht. Das läuft immer zu mir und dann bleibt es fünf Sekunden stehen, bevor es wieder angreift. Ich bin der Ghostbuster jetzt, Bitch. Wir werden uns kenne. Sun Boon. Oh, das heißt Silmoon. Hups. Hups. Sie heißt ja Silmoon. Ich kenne meine eigenen Schaas nicht mehr. Lang, lang ist her. Willst du nicht mal casten? Ah, das ist wieder die andere. Ja, ja, das ist die da. Wasserele, hey. Du kannst ruhig von da hinten Damage machen, okay? Meine Güte, du. Au, 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 au. Komm schon, gib mir Procs. Gib mir Procs. Yeah. Wir müssen nur danach fragen. Ah, jetzt habe ich es wieder gekickt. Egal. Oh, noch ein Proc. Nice. Von denen haben wir schon mal sechs von sechs. Von den Hellen brauche ich noch eine. Yes. Dich. You are the chosen. The chosen mob. Ah. Ah, diese Stille. Go, Wasserele. Kill. In the face, bitch. Okay, got it. Quest fertig. Hi, pass. Halt mal, da unten ist direkt die nächste Quest. Oh, ich bin so stupid. Dann hätte ich ja meinen Weg dahin clearen können. Jetzt muss ich die Mops da auch noch machen. Oh, manchmal, manchmal denke ich echt nicht für fünf Pfennig. Pfennig? Was ist das, Moonboon? Gibt nur noch Cent. Aller, wisst ihr noch, wisst ihr noch, wisst ihr noch D-Mark? Leck, das waren noch Zeiten, oder? Das waren noch Zeiten. Die guten alten fünf Mark-Stücke. Oh, shit. Oh, that's not good. That's absolutely not good. Wir müssen erstmal die da loswerden. Oh, ich kann das nicht tanken. Shit. Nein. Nein! Macht das Damage? Nee, macht's nicht. Bitte sei jetzt hier kein Mob. Oh. Oh, shit. Das war das Falsche. Ich hab mich schon auf dem Boden liegen sehen, Alter. Leck war das knapp. Leck war das knapp. Warum hab ich den Eisblock auf G eigentlich? Leck war das knapp. Holy shit, man. Da geht mir gerade Gänsehaut drüber, ey. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sollen wir jetzt noch versuchen, da hinzukommen? Erstmal geben wir die Quest auf, hier, komm. Wir haben ja gleich ein Level ab. Dann sind wir ein bisschen stärker. Yeah. Stufe 54. Hi, Pa, jetzt haben wir was Neues gekriegt. Nee, aber nicht, ne? Wasser elementar erreicht Stufe 54. Gefrorene Kugel auf 57. Drei Levels noch. Jetzt sehen halt hier schon wieder die Mobs, ne? Mann, ey. Da hinten sind sie noch nicht respawned. Okay. Wir müssen uns... Oh! Hallo! Das ist Lack. Oh, er geht. Er geht. Das ist eine knappe Kiste, du. Lass mal lieber den hier töten. Ich krieg einfach... Ich krieg keine Procs. Oh, Mann, ey. Come on! Mach doch Damage! Yes. Oh, oh. Yes! Wo sind die? Die müssen hier irgendwo sein. Ah! Glauben ist sie. Komme ich da hoch? Da hinten. Echt jetzt? Äh. Ich komme da nicht hin. Aber selbst wenn ich da hinkomme, sind da Mobs. Muss ich jetzt echt hier komplett... Oh! Den müssen wir noch loswerden. Shit, hier geht's nicht durch. Kill. Kill. Fuck, Mann. Leckisch, das ist hart. Und so wie die aussieht, greift die mich auch an, oder? Die hat 4,1k. Ja, ich muss die töten. Ich muss die töten. Ich kann die nicht töten. Das war völlig umsonst, dass wir hierher gereist sind. 4k krieg ich nicht runter. Ich meine, wir können es probieren, aber wir haben auch nicht wirklich einen Platz zum Weglaufen. Kann man hier hoch? Die Mobs hier sind... Man kann hier nicht hoch. Hier kann man hoch. Aber die Mobs hier respawnen doch gleich auch bestimmt. Ne, das machen wir nicht. Das ist ein zu großes Risiko, Leute. Das will ich jetzt echt nicht eingehen. Das war gerade eben schon knapp bei normalen Mobs. Und die bitchische Elite. Die haut mir ja den Prügel raus, Alter. Das machen wir nicht. Kannst vergessen. Dann gehen wir lieber... Habe ich Agro? Ne, ne? Gehen wir lieber da runter und probieren noch die andere Quest. Findet Grimmklauer. Mal gucken, was der will. Okay, guys. Dann beenden wir jetzt ganz kurz hier. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer Kommentare da lassen. Und liken. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ich bin der Moony und ich bin raus. Ciao, ciao. Ciao, ciao.